So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke, denn immer wieder haben die Leute gefragt, Ramses, zeige mal, zeige mal das Zeugnis, was ist Campfire, wozu nutzt man das, braucht man das, ist das gut, ist das schlecht, wir kennen das gar nicht, kannst du nicht mal ein Video darüber machen und ich muss sagen, ich habe Campfire bisher so gut wie gar nicht genutzt, obwohl ich Zugang habe, denn an sich brauche ich das nicht wirklich, weil wir eine Map für unsere Stadt haben und eben keine Leute, wir haben keine Community, wir haben aber Raids, ich muss Fanraiden, ich bin auf Fanraider angewiesen, so, das ist mein Ding, deswegen nutze ich Campfire nicht, warum Campfire mich jetzt aber auch überzeugt hat, weil ich jetzt was total Tolles gesehen und gefunden habe und warum ich euch Campfire absolut empfehle, das möchte ich euch heute in dem Video zeigen. Erstmal möchte ich kurz zeigen, wie ich normalerweise raide, beziehungsweise wie das bei uns abläuft, denn ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine Map, unsere Map in Hildburghausen zeigt uns alle Arenen an, so in Hildburghausen und Umgebung. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen unübersichtlich aus, aber normalerweise stelle ich auch Arenen aus, stelle ein, dass ich nur Fünfer angezeigt haben möchte, dann sehe ich hier zum Beispiel ein Giratina-Raid, der läuft noch 12 Minuten am Bismarck-Turm, hier ist ein Fünfer-Raid, der geht in 42 Minuten auf. Für mich ist das ein gutes Ding, denn das ist übersichtlich, ich sehe auf einen Blick gleich direkt alle Arenen. Ich nehme dann also zum Beispiel den am Lazarett, den poste ich in unsere Telegram-Raid-Gruppe, dann tragen sich Leute ein, die den mitmachen wollen und wenn ich vor Ort bin und meinen täglichen Pass wegmache, dann lade ich diese Leute ein, die sich da eingetragen haben und so raiden wir trotzdem zusammen, da ich genau weiß, dass in Hildburghausen sozusagen keiner mit dort an der Arena steht. So, sage ich mal, ich kenne jetzt niemanden mehr, der großartig spielt und deswegen erbringe das jetzt für mich nicht so, ich muss trotzdem Fan-Rades machen und bin auf die Community angewiesen von außerhalb, die mir hilft, meine Raid-Pässe wegzumachen. Nicht jeder hat aber eine Map in seiner Stadt, die wenigsten werden eine Map in der Stadt haben, denn ihr braucht jemanden, der eine Map aufzieht, der eine Map herrichtet und vielleicht gibt es sogar eine, aber ihr wisst das nicht, weil ihr nicht jeden kennt und deswegen gibt es Campfire jetzt für euch. Campfire bekommt ihr normalerweise, wenn ihr in den Playstore geht und gebt einfach mal Campfire ein oder alternativ Niantic Campfire würde auch gehen. Ihr seht das Symbol, das ist hier oben links im Hintergrund, das ist auch hier angezeigt, Niantic Campfire in dieser, diese Flamme, so. Wenn ihr das dann habt, ihr könnt auch mal gucken, was ich alles für Apps auf meinem Handy habe, ganz neu habe ich mir jetzt runtergeladen, hier hat die Cineblacks App und die McDonalds App, hier ist WWE Supercard, seitdem Hannes da war, aber egal. Wir gehen mal in Campfire, denn das ist der Nachteil, den ich gegenüber der Map sehe, wenn ich in Campfire bin, das startet immer irgendwo in Honolulu, also in Amerika irgendwo. Leider zeigt es mir auch meinen Standort hier drüben, obwohl mein Standort eigentlich hier in der Mitte ist, also ich bin, eigentlich bin ich hier, trotzdem zeigt es meinen Standort hier drüben an. Wie ich das korrigiere, weiß ich nicht, ich kann ja nochmal hier drauf zirkeln, aber das bleibt einfach dort. Ich habe es heute auch schon mal gehabt, da hat es meinen Standort einfach irgendwo rechts hier drüben angezeigt, also GPS spinnt manchmal, keine Ahnung, ist jetzt nicht so genau. Trotzdem bin ich in der Nähe von Hildburghausen. Wenn ich jetzt mal rauszoome, so zeigt es mir zum Beispiel die Map von Hildburghausen an. Da sehe ich trotzdem alle Arenen, ich sehe trotzdem, wo ist ein Raid auf, wo ist ein Raid zu, wo geht ein Raid auf, wo schließt ein Raid hin und her. Wenn ich bei Campfire ziemlich weit rausgehe, sehe ich einfach gar nichts. Du musst trotzdem irgendwo ein gewisses Gefühl für deine Umgebung und deine Stadt haben bei Campfire, denn du musst möglichst nah heranzoomen, damit dir überhaupt Arenen angezeigt werden. Campfire zeigt dir alle Arenen an, egal ob da was dran ist oder nicht. Hier sehen wir die, da ist kein Raid, hier ist auch kein Raid, hier daneben ist ein Traunfugil-Raid, der endet um 13.01 Uhr. Das ist schön, hier unten ist ein Mega-Barnet-Raid an der Golden Gate Bridge, der endet um 13.27 Uhr. Hier ist nochmal ein Mega-Barnet-Raid, das ist super. Also das, was bei mir direkt in der Nähe ist, das kann ich sofort einsehen, was ein Stück weiter weg ist. Müsste ich jetzt Stück für Stück mich hocharbeiten, muss immer wieder warten, dass dann was auftaucht. Das heißt, wenn du genau weißt, wo eine Arena ist, wie wenn ich weiß, Wildgehege sind Arenen, gucke ich zum Wildgehege hin, alles klar, arbeite mich da durch und kann dann genau so einsehen, wo ist gerade ein Raid an der Felsenkanzel, ist ein Dragoran-Raid zum Beispiel. Ich finde es halt übersichtlicher mit einer Map, wenn ich hier so stehe und sehe schon, dass da oben ein Dragoran ist. Das sind aber Luxusprobleme, denn bevor man gar nichts hat, macht man es lieber so. So, ich habe bei berühmten YouTubern auch gesehen, die haben gesagt, ihr könnt überall alles einsehen, ihr könnt komplett hier raus und ein berühmter Niantic-Partner hat gezeigt, du kannst sogar nach Auckland, nach Neuseeland und kannst da gucken, was da für Raids sind. Warum? Ausgerechnet derjenige, der nach Auckland geguckt hat, weiß ich nicht, aber ja, du könntest direkt nach Auckland hier reinzoomen und könntest da schauen. Problem ist, Auckland ist 10 Stunden voraus, das heißt, bei denen ist jetzt mitten in der Nacht, da sind keine Raids mehr. Wir sehen hier die Arenen von Auckland, aber da sind nirgendwo Raids dran, denn da finden gerade keine Raids statt. Das muss euch auch klar sein, aber das interessiert jetzt nicht. Ich drücke jetzt mal hier drauf, da komme ich bestimmt wieder zurück zu mir, oder? Das kreisert. Ich bin wieder in Deutschland. Wir zoomen mal ran und wir sind jetzt wieder hier und haben direkt unser Teil. Also das ist schon mal schön, dass ihr Raids in der Umgebung seht. Ihr könnt dann hier zum Beispiel beitreten, ihr könnt hier Signale setzen, sonst was. Also, wenn ihr in einer großen Stadt seid und euch nicht auskennt und dort niemanden kennt, aber hier ein Signal setzen könnt, dass man dann weiß, okay, derjenige möchte dort... Ich kann einen Chat an der Arena starten, genau, das habe ich auch gestern gesehen. Ihr könnt ein Signal an einer Arena setzen, an einem Raid, damit anderen, die bei Campfire drauf gucken, sehen, okay, da ist nicht nur ein Raid, sondern da ist ein Spieler wohl in der Nähe von der Arena, der den Raid machen möchte und ihr könnt euch dann dort sammeln. Gleichzeitig könnt ihr auch, wenn ihr auf so eine Arena drauf drückt, einen Chat starten. Ihr seht jetzt, hier steht auch View Chat, ne? Beitreten, View Chat. Ihr könnt euch über die Arena unterhalten. Wenn jetzt jemand also Interesse hat an diesem Raid und dann da reinschreibt in den Raid Chat an der Arena, ja, jo, ich stehe hier an der Ecke, ich würde den um 13 Uhr machen, jemand da, ein anderer sieht das, er schreibt dann, ja, bin auf dem Weg, komm gleich dahin oder so, dient alles der Kommunikation, ist auf jeden Fall nützlich. Bringt mir, wie gesagt, jetzt nichts, wenn hier niemand ist. Wenn ich keine Mitspieler in meiner Stadt habe, dann bringt mir das nichts, aber in einer größeren Stadt oder bei euch bringt das vielleicht was, eine Community zu finden. So, ansonsten könnt ihr, wie gesagt, Signale setzen, wenn ihr Interesse an einem Raid habt, und einen machen wollt, bei mir steht halt jetzt überall nur noch Beitreten, entweder ist die Funktion jetzt ausgetauscht schon wieder oder ich habe irgendwas kaputt gemacht, normal steht da Signale setzen, dann aktivierst du, dass du den Raid machen willst und dann läuft das Signal 15 Minuten, leuchtet, wenn du also gerade dort sitzt, hast da ein Raid, sagst, ich esse jetzt erstmal einen Döner, setze mein Signal, vielleicht meldet sich in der Zeit einer in der Nähe, der sieht, dass da ein Raid stattfinden soll. Das ist auf jeden Fall super für euch und dann habe ich gesehen, da muss ich mal hier drauf, man kann ja auch Freunde einladen. Manche haben sich's schon runtergeladen, haben keinen Zugriff, andere sollten sich's unbedingt runterladen, ich würde es jedem empfehlen, ladet euch einfach mal runter, auch wenn ihr noch keinen Zugriff habt. Ich kann zum Beispiel fünf Freunde einladen, die keinen Zugriff haben, dass die Zugriff bekommen. Dafür möchte ich auch dieses Video nutzen. Die Leute, die Niantic Way-Fahrer runtergeladen haben, aber keinen Zugriff haben, die könnten in den Kommentaren mal schreiben, dass sie gerne eine Einladung bräuchten, selbst wenn ich meine fünf Einladungen dann an euch verschwende. Gibt's ja vielleicht andere aus der Community, die Einladungen frei haben und sehen, Beispiel, Julchen liest, dass Genaya sagt, sie würde auch gerne eine Einladung nehmen. Julchen hat Einladungen frei, sieht sie, sie kann Genaya ja einladen. Also, dieses Video können wir auch nutzen, damit wir uns alle untereinander verbinden, alle einladen, damit jeder das nutzen kann, jeder dieses Feature hat. Was ich besonders genial finde, du kannst jeden in deiner Liste kontaktieren und anschreiben darüber, wenn die Campfire haben, deswegen ladet euch bitte alle die Campfire-App. Ich habe die ganze Zeit Hamburger Truller als Glücksfreundin gehabt, ich habe die nicht erreicht, ich wusste nicht, wie ich die erreicht, die hat auch immer zu Raids eingeladen, in der Raidmania habe ich gedacht, super Sache, die ist ja sehr aktiv, die weiß ja, wo ich bin, kannst mich anschreiben, Telegram, Instagram, Facebook, sonst was steht ja alles da. Es sind Monate vergangen, ich habe nichts von Hamburger Truller gehört. Heute hat Itch2Domo gesagt, hast du mal in der Campfire-App geguckt? Wenn die in deiner Freundschaftsliste ist, entweder kannst du ihr eine Einladung schicken zu Campfire, dass sie sich das runterlädt und ihr darüber schreiben könnt, oder vielleicht hat sie sogar schon Campfire. Dann drücke ich hier auf Freunde, gucke hier durch, dann seht ihr, wer von euren Freunden alles Campfire hat. Das ist sehr schön. Jeden, den ich hier gerade sehe, könnte ich über eine Privatnachricht jetzt kontaktieren. Sogar den Schilling, ich wusste auch nie, wie soll ich einen Schilling erreichen? Ich nutze keinen Twitter. Campfire würde es möglich machen. Und dann scrolle ich hier rum und passt auf, gleich kommt es, glaube ich zumindest. Hier steht plötzlich Miri at Hamburger Truller. Das heißt, ohne Campfire hätte ich nie Kontakt zu Hamburger Truller aufnehmen können. Da habe ich vorhin eine Nachricht geschrieben und sie hat auch mittlerweile schon zurückgeschrieben. Da ist hier nämlich dieses Nachrichtensymbol, wenn ihr Privatnachrichten austauscht mit jemandem, wird das in diesem Nachrichtenfenster angezeigt. Ihr habt diese verschiedenen Reiter. Der erste mit der Karte ist eure Map, wo ihr die Raids seht. Der zweite ist dafür da, wenn ihr Privatnachrichten austauscht mit anderen. Das dritte sind Communities. Sabrina Spielt hat zum Beispiel eine Community erstellt. Da kann man rein. Ich weiß nicht, wer die erstellen kann oder wer nicht. Ich sehe gerade, dass der Bildschirm gar nicht mehr überträgt. Bruder, jetzt hängt das wieder mega hinterher. Moment. Communities, hallo. Normalerweise nehme ich das auch mit dem anderen Handy auf, was nicht so extrem ruckelt und hinterher hängt. Aber jetzt habe ich gerade wieder den Brätschiss. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Communities auf dem dritten Reiter, die man erstellen kann. Da kann man auch lokale Communities anwählen. Kann da reingehen. Da seht ihr irgendwelche Ingress-Communities, irgendwelche Beta-Sachen, aber auch lokale bei euch in der Nähe. Eine für Ingress, noch eine für Ingress. Bei mir gibt es zum Beispiel keine Pokémon-Go-Community in der Nähe, aber wenn ich Ingress spiele, könnte ich auch hier eine coole Ingress-Community in der Nähe finden oder mich mit den Ingress-Spielern austauschen. Denn das funktioniert ja für alle Niantic-Spiele und nicht nur das. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Haben hier unsere Glocke, haben hier unser Profil. Und ich kann es ja auch in dem Beispiel vom Heise mal zeigen, vom Tobi. Wir gehen einfach mal beim Tobi auf das Profil drauf. Zack. Und dann sehen wir hier, das ist der Heise, das ist ein Freund. Der spielt Pikmin Bloom, ist Level 6 und ist in Pokémon-Go Level 50. Und jetzt kann ich hier einfach eine Nachricht senden an den Tobi. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Tobi erreicht, aber in eurer Liste habt, könntet ihr über Campfire ihm also eine Nachricht schreiben. Das ist der Beginn deiner Unterhaltung mit Heise. Sag Hallo. Hallo Heise. Huch. Jetzt schreibt es immer zu Hause. Hallo Heise, sage ich einfach mal. Mach noch ein Tütchen hin, freut er sich bestimmt. Rams ist der Dicke. Hallo Heise. Und dann könnt ihr da schreiben und könnt euch austauschen. Wenn ihr mal einen Glückstausch habt, wenn ihr was anderes planen, wenn ihr einen Level-Aufstieg planen wollt. Wenn jemand fragen will, hey, wollen wir Raid-Stunde leveln oder wollen wir zum C-Day leveln, soll ich dein Geschenk aufmachen oder sonst was. Keine Ahnung. Das ist also richtig genial. Deswegen ist für mich Campfire jetzt auch schmackhaft, weil ich eben nicht nur die Raids einsehen kann. Wenn unsere Map mal spinnt und die Bots kaputt sind, dann könnt ihr natürlich hier weiterhin die Raids einsehen. Sondern ich kann das jetzt auch nutzen, um Kontakt mit jedem in meiner Freundschaftsliste aufzunehmen, den ich da sehe. Und wer das noch nicht hat, ladet es euch wirklich runter. Wer ein Campfire noch nicht runtergeladen hat, ladet euch Campfire. Und wer noch nicht Zugriff hat, schreibt es in die Kommentare. Ich habe fünf Einladungen frei. Ich versuche euch einzuladen. Und die, die eingeladen worden sind, die werden ja auch angezeigt. Die sind raus. Und der Rest kann sich gegenseitig vielleicht einladen. Und lasst uns da zusammenhalten. Lasst uns unser Ding machen. Das kann man hier nämlich auch nochmal zeigen. Wenn du auf Freund hinzufügen gehst, zeigt es dir eine Liste an von Leuten, die du einladen kannst. Hier, Blauerblitz, Specki, Ivermild, Michel, Saschmon. Die kannst du alle einladen. Und wenn jemand schon Campfire hat, steht zum Beispiel hier bei Tickflakes dahinter eingeladen. Dem kannst du nicht nochmal schicken. Du verschwendest also auch keine Einladungen, weil du gibst ihm eins. Hier, Black Viber Cat, Zockermite, Urinalbecken, Senpai Shadow, Burn Down. Die haben alle noch keinen Campfire, so wie es aussieht. Oder eben, sie haben Campfire, aber keinen Zugang. Und so kannst du hier rein und kannst sie einfach einladen. Fünf Leute. Wicke da. Auch eingeladen. Ismo ruft an. Sehr schön. Ist gleich wieder Nummer geleakt. Er ruft mal ein Ismo zurück. Der freut sich direkt. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Ladet euch Campfire. Wenn ihr eine Einladung braucht, schreibt sie in die Kommentare. Schreibt euren Ingame-Namen dazu. Und dass ihr eine Einladung braucht. Und ansonsten bitte ich die Leute, die noch Einladungen übrig haben, dass sie die anderen, die sie in den Kommentaren entdecken, vielleicht auch einladen und Ednaum machen und tun. Lasst uns alle verbinden. Lasst uns alle frohen Munder sein. Das war mein Video zu Campfire. Ich muss noch meine zwei freien Pässe heute machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich bin eins. Wenn sie nicht mehr schnappen wird. Vielen Dank.